Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu meinem neuesten Video. Ich dachte mir, nehm mal ein sehr bekanntes Spiel und pack es mal in ein Video rein. Und diesmal geht es um, wie könnte es anders sein, Minecraft, wie ihr schon sehen konntet. Ja, Minecraft ist ein sehr cooles Spiel von Mojang und Notch, aber manchmal kann es auch nerven. Deshalb würde ich mal sagen, hier kommt meine persönliche Top 5 der nervigen Dinge in Minecraft. Und ich würde mal sagen, fangen wir mal direkt mit dem Video an. Platz Nummer 5. Jeder Mensch weiß ja, dass Tiere, vor allem wilde Tiere, eigentlich sehr gefährlich sind und man sie eigentlich nicht verletzen sollte. Genau das hat Notch auch in sein Minecraft-Spiel gepackt bei den Wölfen. Denn Wölfe sind, naja, wie auch im wirklichen Leben, extrem gefährlich. Gut, wenn man einen Knochen hat und sie sich zum Hund macht, ist es ja nicht so schlimm. Aber wehe, wehe, man schlägt einen Wolf. Dann gehen sie sofort auf einen drauf und attackieren dich mit allem, was sie haben. Krallen, Zehen, Arsch, letzteres nicht. Aber das ist extrem krass. Und ihr könnt mir nicht glauben, wie oft ich durch den Wald gelaufen bin und ich so ein Diamantschwert hatte. Und ich dachte mir so, ey komm, da ist ein Wolf. Der kann mir doch sowieso nix machen. Tja, konnte er. Und ich hoffe, dass ich nicht das ihm gegeben habe, was er wollte, oder? Schinken! Platz Nummer 4 sind, tut mir leid, Diamanten. Ja, auch einer der wertvollsten Gegenstände und Items im kompletten Spiel ist in dieser Liste. Denn Diamanten sind, wie ich denke, auch relativ nervig. Denn stellt euch das mal so vor. Ihr seid in einer Höhle, sucht stundenlang nach Diamanten und wo findet ihr sie? Richtig, an einem Platz neben Lava oder an anderen nervigen Plätzen, wo ihr fast unmöglich hinkommt. Ja, das ist wirklich eine der schlimmsten Sachen, die man sich vorstellen kann. Und glaubt mir, ich habe schon genug Stunden damit verbracht, Diamanten zu suchen. Also nervig sind sie schon mal. Platz Nummer 3. Lava, gutes Stichwort. Lava ist nämlich auf Platz Nummer 3. Denn, ja, wer hasst nicht Lava? Gut, Hass und nervig ist zwar zwei unterschiedliche Sachen, aber ich würde mal sagen, ihr wisst, was ich meine. Lava ist doch wirklich nervig. Wenn man zum Beispiel jetzt in der Höhle ist, man gräbt einen Stein weg, bumm, kommt Lava, zack, tot. Lava ist wirklich eine sehr blöde Sache, wenn man in Minen oder... Auch allgemein, sie nervt einfach. Und ich habe schon viele Erfahrungen damit gemacht. Also daher, Platz Nummer 2. Geht an die Minen. Ja, viele werden jetzt wahrscheinlich sehr überrascht sein, dass Minen auf dieser Liste ist. Oder sind. Ja. Auf jeden Fall, Minen sind auf dieser Liste. Denn wie oft ist es vorgekommen, dass ich in einer Mine war. Oder in einer Mine war. Und was passiert? Ich habe mich verlaufen. Jedes Mal habe ich mich in einer verdammten Mine verlaufen. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt, aber diese Minen sind auch so krass gemacht, dass man sich auch nur verlaufen kann. Deshalb würde ich sagen, auch wirklich extrem schlimm. Und jedes Mal, wenn ich in einer Mine bin, komme ich mir vor wie in einem riesigen Labyrinth, aus dem ich nie wieder rauskomme. Gut, man bekommt dort seltene Sachen wie Brot, Sattel und so, aber das macht das Ganze jetzt auch nicht besser. Platz Nummer 1 geht an den Creeper. Ganz ehrlich, wer hätte auch jemand anderen erwartet? Enderman, nope. Zombie, nope. Die sind nicht im Ansatz so nervig wie unsere berühmte grüne Dingsbums. Und der... Äh... Hallo? Ey, was machst du denn hier? Du sollst gar nicht hier sein. Äh... Hallo, alles okay mit dir? Hallo? Was? Oh, nein, 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 fuck, 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 fuck. Ja, meine lieben Freunde, das war's mit diesem Video. Hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Ich würde mich saumäßig darüber freuen. Und wenn ihr andere nervige Dinge in Minecraft kennt, schreibt es mir in den Kommentaren. Ich würde mich super freuen. Und ich würde nochmal sagen, haut rein Leute und ciao. Outro